hallo jedi meisterinnen und jedi meister da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen lego star wars set review heute mit dem lego star wars hoff 80s das ist ganz wichtig einige finden der sieht falsch aus weil die kloppen vorne zu sind tatsächlich ist das beim hoff 80s die der fall und ob das set überzeugen kann und was es taugt in der neuen januar 20 22 welle das sehen wir jetzt nach der timelapse so 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 und damit herzlich willkommen in dem review zum hoff 80s t ja eine kontroverses set wie ich sagen muss da viele die augenklappen nicht mögen die geschlossen sind dazu komme ich aber später noch ja ich würde sagen wir steigen jetzt einfach erst mal ein mit den minifiguren und dann gucken wir uns an wie gutes set gelungen ist ja bevor wir mit den richtigen minifiguren losgehen möchte ich auf dieses probe droid bild eingehen das natürlich an den großen buildable probe droid angelehnt wurde und ich muss sagen von diesem ding war ich sofort begeistert als ich es gebaut habe ich will es jetzt nicht übertreiben ist ein nettes kleines bild aber ich finde schön wie viel detailgrad sie in dieses kleine modell reingepackt haben gefällt mir wirklich wirklich gut und ist im prinzip jetzt auch die figur die alle damals vermisst haben beim großen probe droid was man hier an dem bar mal wieder sehen kann ist das lego transclear leider gar nicht mehr kann das ist richtig milchig und sieht einfach nur schäbig aus ich hoffe dass sie dieses problem bald beheben ich muss nicht ansprechen dass die arme artikulierbar sind oder hier oben die kopf könnt ihr drehen genau aber das ist soweit auch alles was ich zu dem modell zu sagen habe genau ihr könnt ihr den kopf drehen und die arme bewegen nichts besonderes als nächstes hätten wir da eine hoff treble trooper rin auf der packung steht trooper aber es ist natürlich eine frau kein print für die beine ein bisschen enttäuschen der torso print ist recht schön mit dem weißen rucksack immerhin die sparen sie aber den snow trooper weg wenigstens die rebellen haben sie noch und natürlich das gorgelpiece könnt ihr entweder da oben hin tun wo es auch am besten aussieht oder unten sieht dann aber relativ dämlich aus kein alter hat es wow 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 ist mir noch gar nicht aufgefallen kann es sein dass du dumm bist oder sowas das noch das alternativ gesicht sehr sehr cool leider auch gerade die einzige snow trooperin an die ich rankomme da das accessory pack ausverkauft ist ja als nächstes hätten wir da den neuen 80 st driver und der ist wirklich gut gelungen auch mit dem bein print der übergeht in den torso sehr sehr cool hat auch hier die bedruckten goggles was ziemlich nice ist schöner rücken print und auch tatsächlich noch ein alternativ gesicht freundlich gefällt mir wirklich wirklich gut schöne figur könnte man auf jeden fall auch zwei reinpacken finde ich aber bekommen nur ein schade aber wirklich schöne figur und als nächstes haben wir chubaka normalerweise kein grund in freude auszubrechen aber das ist tatsächlich eine exklusive variante in der chubaka ein bisschen schnee auf seinem fälle hat angelehnt natürlich an die szene wo er und han den probe droid ausschalten sehr sehr cool auch an den füßen hier auch für den hat leider zieht sich der print hier am kopf nicht weiter aber immerhin am rücken und er hat natürlich sein stud shooter armbrust ihr kennt die coole figur hätte nie gedacht dass mich chubaka in dem set noch mal überrascht nachdem wir die figuren jetzt abgehakt haben kommen wir zum 80 st selber zu den figuren sei noch schnell gesagt damit sind selbstverständlich alle figuren exklusiv ich glaube bis auf die trooperin da bin ich mir nicht eins zu eins sicher aber die anderen sind alle exklusiv was auch zu dem wert ist jetzt beiträgt schauen wir uns jetzt den 80s die mal an also vom detailheitsgrad sieht er hier schon mal ziemlich cool aus ich gebe euch einfach mal kurz ein 360 um den hat rum genau auch von hinten sehr cool und ihr habt hier hinten dieses rädchen und damit könnt ihr tatsächlich den kopf auf 360 grad green ihr habt natürlich hier vorne die laser kanonen die auch hoch und runter bewegen könnt ihr seht und hinten habt ihr dann diese beiden teile damit könnt ihr jeweils einen spring-loaded shooter abfeuern ich spare mir jetzt mal den zweiten weil ich muss den jetzt nachher schon suchen ja ja wahrscheinlich das sind tatsächlich prints von vents die sie jetzt hier reused haben ist auch ein ziemlicher pluspunkt das set hat keinen einzigen sticker ja ja wahrscheinlich genau die klappen vorne sind deswegen zu weil das beim hoff 80 st wohl so ist ihr könnt hier die hatch öffnen ihr könnt aber auch das ganze dach öffnen und sogar ja das war jetzt nicht so geplant hier habt ihr dann einen clip für den blaster des piloten und für sein fernglas sogar farblich gekennzeichnet und hier ist dann der einzige andere print noch die konsole und ihr könnt den driver da reinsetzen das mache ich jetzt mal kurz und so sieht es dann aus wenn er im 80 sd drin sitzt sehr sehr cool genau wenn ihr wollt dass er oben aus der luke raus gucken so könntet ihr ihn aus der luke raus gucken lassen diese option habt ihr leider gibt es nicht wie früher hier so eine handlebar innen drin dass man ihn da daran festmachen könnte das heißt euer pilot sollte lieber lieber sitzen kommen wir mal auf die beine zu sprechen und ich muss sagen der detailgrad hier an den füßen ist super im gegensatz zu den letzten 80 st sind ja auch keine sticker dafür verantwortlich für den detailheizgrad sondern tatsächlich bautechniken und steine da muss ich einfach denjenigen der das set designt hat loben das unterscheidet diesen 80 sd maßgeblich leider negativ anzumerken sind wieder blaue achspins sowie eine rote und gelbe hier drin die man gott sei dank nicht mehr sieht aber einfach komplett unnötig es ist ein schöner detailheizgrad hier an den füßen ihr könnt die füße theoretisch auch knicken aber er steht am besten in dieser position also maximal vielleicht so aber das ist dann wirklich das höchste der gefühle jetzt können sie mal gucken das ist der 80 80 aus 220 dazu genau genau haben wir dann auch noch mal den 80 sd raider im vergleich dazu ich könnte jetzt den road one auch noch rein stellen aber ja es ist im prinzip der gleiche nur recolored und hier seht ihr auch was ich meine bei dem 80 sd raider sind die details hauptsächlich über aufkleber gelöst an den beinen und hier durch bautechniken was mir sehr gut gefällt kommen wir zum fazit zum 80 s hoff 80 sd aus 2022 ich muss sagen was mir an dem set wirklich wirklich gut gefällt ist dass es viele dinge anders und richtig macht zum beispiel dass keine sticker enthalten sind und die beine sehr detailliert sind wenn sie auch von der seite sehr sehr dünn wirken und ja die blauen pins der kopf ist auch deutlich kleiner geworden und das design mit den geschlossenen klappen muss man wohl mögen ansonsten hat er den granat werfer hier und die kanonen sind natürlich auch 360 grad drehbar an sich ein nettes set wenn ihr einen guten rabatt dafür seht für 35 euro rum würde ich ihn auf jeden fall mitnehmen weil das ist er allemal wert und er hat exklusive minifiguren also schlag dazu wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch bitte den daumen nach oben da abonniert mich um nichts mehr zu verpassen und folgt mir auf instagram erster link in der video beschreibung dort kündige ich jetzt immer vorher an wenn neue videos kommen und was kommt wenn ihr da up to date bleiben wollt folgt mir auf jeden fall wir sehen uns im nächsten video bis deine jenimeisterin und jenimeister da draußen ciao da ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020